Formel Pro Perimeter Klebeschaum wurde speziell entwickelt zum zuverlässigen Anbringen von Hartschaumdämmplatten an von erdberührenden Kelleraußenwänden. Ein Bereich, der auch als Perimeter bezeichnet wird. Wir zeigen, wie diese Arbeit fachgerecht durchgeführt wird. In diesem Fall auf einer Bitumendickbeschichtung, deren Verarbeitung Sie ebenfalls in einem Formel Pro Anleitungsfilm sehen können. Als erstes sollte der Klebeschaum etwa 10 Sekunden lang kräftig geschüttelt werden. Danach kann die Dose auf die Schaumpistole aufgeschraubt werden. Jetzt werden auf die Rückseite der Dämmplatten senkrecht Schaumstreifen aufgesprüht, jeweils mit einem Abstand von 25 Zentimeter. Um einen gleichmäßigen Schaumstreifen zu erhalten, kann an der Schaumpistole der Durchfluss geregelt werden. Die Dämmplatten werden von unten nach oben in Reihen ohne Spalt an der Außenmauer angebracht. Dabei sollten sie leicht angedrückt werden. Genauso wird nun mit allen folgenden Dämmplatten verfahren. Wenn die erste Reihe fertig ist, sollte die nächste versetzt angebracht werden. So wird dank Formel Pro Perimeterklebeschaum die Dämmung der Kelleraußenwand im Handumdrehen fertig. Wenn die Arbeit abgeschlossen ist, sollte so schnell wie möglich die Schaumpistole gereinigt werden, da sie sonst verklebt und nicht wiederverwendet werden kann. Hierzu empfiehlt sich der Einsatz von Formel Pro Pistolenreiniger. Einfach den Reiniger ein paar Sekunden lang durch die Pistole sprühen, um die Klebeschaumreste innen zu lösen. Schon ist die Pistole wieder einsatzbereit. Wie geht's die Pistole wieder? Wie geht's die Pistole wieder? Wie geht's die Pistole wieder? Vielen Dank.